Jo. Was 25 mal Panzerplassen 10 Trägern hat, das würde mal viel zu viel aufhätschen. Wenn der Sch... ... hilft, Mist. Wartum. Ich könnte den Aden kurz abflexen, wenn du wüsst. Das... Ja, versuch mal 6 mal. Damit du wüsst, welsch euch, welsch euch. Oh. Was hast du hier gebunkert, sag' immer? Nee, geht irgendwie nicht. Acht Sturm... Acht Sturmgewerfe bis zum Krieg anzetteln. Was meinst du denn? Die waren in dem... in dem... in dem... in dem... in dem Schiff drinnen. Was ich gekopert hatte. Was mit dem Klaus? Was? Vielleicht wegen der Schwerkraft kann man mal... Schwerkdienstmann? Ja, ich wollte es ja mal nochmal mit dem Verbinder ausprobieren. Sammler rein. Weil... Wenn du hier noch einen Schweißaufsatz haben wolltest... ... würde ich ja keinen Sammler hier dran machen. Kann man doch verdammt schlecht durchgucken. Ja, du musst es von außen ran pappen, ne? Es gibt drei Seiten. Nicht von innen nach außen. Ja, du hast es falsch rum gesetzt. Ich stehe dich ja saugut durch. Aber ich glaube an so einer... Ja. Ah, jetzt. Ja, jetzt ist richtig rum. Jetzt, Sir. Weg gucken. So. Hier drinnen mache ich nochmal weiter Stahlplatten hin dann. Stahlplatte rein. Wieso funktionierst du jetzt? Und jetzt... Jetzt kommt erst noch Stahlplatten rein. Und danach Stahlplatten. Holen wir auch noch solche Dinger oder kommt da? Jetzt nochmal. Weil uns gehen nämlich die Trägerklöfe aus. Ja. In dem... Kann einer mal den Schwerkraftgenerator ausschalten? Echt? Oh, Moment. Ich bin unterwegs. Wir sind jetzt noch ein Lagerl. Ja. Ich bin unterwegs. Mal gucken, dann ist es hier zu sein. Entschen. Dann muss noch ein Mal. Du bist. 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 Ja, schweißt du über Kopf? Geht ja nicht anders, wenn die Schwerkraftgeneral da raus ist. Schweißt du über Kopf? Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Also auf der einen Seite ist so ein Verbinder, auf der anderen Seite ist so ein Sammelhoch. Nützt der uns ja der Schweißaufsatz ja nicht. Ja doch, auf der anderen Seite machst du das ja genau umgekehrt. Sammelhoch. Ja klar, mach den Chatbag noch aus. Wollte die das nicht vielleicht ein bisschen stylischer gestalten hier? Und wie? Darf ich mal? Ach du meinst hier so 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 Runden, äh so so Ecken drin oder was? Solche Schrägen? Genau. Noch nicht? War ja noch eine Idee. Okay, mach das. Okay, mach das. Oh. Ach, dann baue ich da vorne mal ein Fahrwerk. Ne, hier muss es gerade bleiben. So, da gucken wir noch's. Stopp, stopp, stopp. Nix dran bauen. Wir machen hier eine schwere Panzerung dran. Wieso? Ich brauche nur Stahlplatten, das ist alles. Oh. Können wir noch den Kämmerator mal wieder anmachen? Ja. Nein. Negru, wenn du schon mal drinnen hockst, dann kannst du gleich mal das Fahrwerk aktivieren. Negru, wenn du schon mal drinnen hockst, dann kannst du gleich mal das Fahrwerk aktivieren. Welches von den 20 Millionen Fahrwerken ist denn das? Weiß sein. Gut. Aktivieren. Bereit zum verriegeln? Ja. Gut. Dankeschön. So, und statt eben halt den normalen Strecken, nehmen wir jetzt eine schwere Panzerung. Dann wollen wir definitiv hier noch Meteora aktivieren. Und... Und deswegen mache ich auch alle ein paar Meter, äh, 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 hier, wie heißt das? Ja. Äh, sag ich, äh, in Anführungsstrichen, querstreben rein, damit eben halt auch hier, wie heißt das? Was? Der MG-Geschütz drauf kann. Kommt ja noch alles, machen wir keine Panik. Ja, das müssen wir aber noch mit so einer Leitung fördern, ne? Ich werde mal langsam jetzt eine Treppe nach unten machen, oder? Ja, deswegen habe ich ja kurz Stop gemacht. Achso. Entschuldigung. Ich meine nur. Aber schaut auf jeden Fall interessant aus, was ihr macht. Zu diesem Polen da hinten. Entweder zu dem Donut oder zu dem Schrenz da rüber. Könnten wir ja noch. Hab ich ja auch vor. Könnten wir hier noch mal so eine große Station hinsetzen. Achso? Mit Fahrstuhl nach unten, oder sowas. Kann man da wo bauen? Na gut. Eine Plattform, die, äh, in ein paar Säulen eingekeilt ist, wo, wo Triebwerke drankommen. Immer nach oben, nach unten. Kann man da wo bauen. Ne? Wäre doch ganz geil, oder? Wäre doch ganz geil, oder? Zumindest hätte ich die Idee ziemlich genial. Wenn man da mit so einer Art, wenn man da auch so ein... Ja, ich wäre da oben drüber dann. Äh, schwer nach. So, dass sie so eine Art Förderband drüber führen lassen, für die Gatling Geschütze. Oder eben halt sowas ähnlich wegen der Versorgung geschafft. Wir bräuchten jetzt so einen Schweißaufsatz. der Mote drehen. W чувств손? W Paulo. W embeddeutaben. Weil sich die Westen auf dem neuen Typ- thorough Chair sein. dass wir unternehmen geht. Zus poltierennebstählen wirolt. Genfa rausz. naja die starre panzerung die frist extrem viele ressourcen nachher fehlen noch ein paar platten fünf sind stahlplatten ja die schützt aber noch nicht wir müssten jetzt aber bald noch mal einen kleinen raum machen schwerkraft generaator hinsetzen nicht nur machen so wie bei stargate sind auch keine zwischenstation weiß ob er nicht mehr funktioniert ab hier geht er nicht mehr mal gucken wie weit das schiff mit kacken ist ich baue wieder um so was macht kiezi das ist ja das problem mit dem sampler der braucht ja ein kleines förderband und ich habe hier ein großes gehabt hat er nicht weiter gemacht ist abgehauen wer ja ich wollte gucken wie weit das schiff ist weil ich ja hier draußen noch schnell bisschen was abbauen muss denn hier haben wir ja unter anderem noch ziemlich viel äh bei dem ehengroßen schiff was schwere panzerung hat ich hab gleich wieder alle stahlplatten ausgegeben ja ich hab gleich wieder alle stahlplatten ausgegeben hm echt ja lass doch klein mal den verdobungsschacht hier langführen die zu dem kargo container zu dem kargo container krägern brauch ich das weiß ich Da wäre jetzt hier drinnen Platz für eine Bulle, oder? Hier in dem Schiff Damit man dem Schiff dann auch einen Norm geben kann Dankeschön